ARD Text im Auftrag von Funk 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 Rot und Pink haben mich gesehen, wie ich da stand. Hä? Ich hab doch die ganze Zeit Leute um mich herum. Pink? Pink sass? Pink sass? Hallo, grün. Grüß Gott. Wir haben ja die Lichtern. 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 Ich habe einfach extrem schnell alles gemacht. Ich bin die Einzige, wo ich sagen würde, vielleicht Sass, aber so ganz low Sass ist Mauki, weil ich kenne dich von anderen Spielen, dass du so übel paranoid bist und nie mit jemandem zusammenläufst, weil du immer Angst hast getötet zu werden. Du bist jetzt neben mir gelaufen. Ich bin zurückgegangen, weil ich mir dachte, Mauki würde nie neben mir laufen. Du bist so paranoid bei jeder Runde. Aber das ist wie gesagt ganz wenig Sass. Wir haben uns halt so wenig gesehen. Das ist ganz, ganz, ganz low Sass. Keine Ahnung. Ich weiß nur noch 50 Sekunden und ich muss dir nicht gesehen, wer umgebracht hat. Ich muss dir auch sagen, 40 Sekunden und Anni würde... Ich habe es auch nicht gesehen. Du warst vor mir. Oh mein Gott, Leute. Ich habe auch direkt auf Report gedrückt. Ich habe nur eine Figur zu Elektriken hochlaufen sehen. Ich möchte nochmal anmerken, dass Anni der Runde verdächtig war. Also ich werde dich verdächtig machen, weil sie hat gerade unfassbar gelogen. Ich habe nämlich, ich habe mich die ganze Zeit von ihr ferngehalten. Was? Du bist mit mir zusammengelaufen von unten rechts nach oben links in den Reaktorraub und ich bin die ganze Zeit ausgewichen. Oh mein Gott. Was? Und Misa, dass du mich verdächtigst. Wir standen zusammen in dem Autorraub und sind dann nach rechts reingegangen, wo ich dann mit Turi stand. Ich habe mich ein einziges Mal, ich habe mich die ganze Zeit von dir ferngehalten, weil du mir Sass vorkamst. Was? Oh mein Gott. Also... Warum bin ich denn jetzt Sass? Ist es dann Nisa? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich versuche einfach nur meine Tasks schnell zu machen und wir vielleicht damit gewinnen. Ach komm. 5, 6, 4, 2, 3. Okay, es war Chiara, sie hat gerade Leon umgebracht. Und genau deswegen hat Chiara vorhin auch nichts gesagt, als Dalu umgebracht worden ist, weil sie nämlich gesehen hat, wer das war. Du bist doch gerade mit Leon aus Navigation rausgegangen. Nein, ich kam von Oxygen. Gnu ging genau vor dir. Gnu, du bist gerade mit Chiara rumgelaufen. Ich war doch gerade mit der Gnu bei Oxygen. Ja, Chiara hat genau hinter dir gerade Leon umgebracht. Ich bin falsch gelaufen, sorry. Chiara ist definitiv Imposter. Ich bin mit Gnu, also bei Oxygen. Und deswegen hat sie vorhin auch nichts gesagt, weil sie hätte sehen müssen, wer Dalu umgebracht hat. Aber du hast doch gesehen, dass bei mir keine Kill-Animation war bei der Leiche zuvor. Und außerdem, du bist gerade mit Leon auch bei mir rausgegangen. Nee, weil das nämlich jemand anders war. Weil ich habe gesehen, jemand anders hat jemanden in Electrical umgebracht. Aber du warst es nicht, weil wir sind zusammen rumgelaufen. Aber deswegen kannst du dich auch nicht erinnern, ob du jemanden hast. Ich habe euch Fall gelöst. Also ich habe euch beiden jetzt bei der Leiche gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt Chiara der Turi war. I'm sorry. Ich kann es nicht sagen, aber wir sind halt bei sechs Leuten. Wir müssen flippen. Wenn wir Pech haben, machen die Double-Kill. Wenn wir noch mehr Pech haben, machen die einen Kill. Ja, aber ich kann nur sagen, dass Leon mit Turi da rausgegangen ist. Und Anni, wen hast du gewotet? Ich habe auch Chiara gewotet. Ich weiß nicht. Ich wollte Turi. Ich bin zusammen rumgelaufen. Ich habe keine Ahnung. Es waren ja immer Chiara und Turi zusammen in der Leiche. Also irgendwo da, aber auch vorhin. Ja, aber das ergibt doch Sinn. Chiara konnte sich vorhin nicht erinnern. Chiara lief vor mir. Aber du doch auch nicht. Das ist ja genau die gleiche Situation, aber du bist jetzt hier gerade. Ich bin mit Gnur die ganze Zeit gelaufen und dann bist du mit Leon gelaufen. Chiara war halt bei mir die ganze Zeit. Ich vertraue dir, Turi, aber wenn ich nicht, dann bin ich bloß. Chiara, wenn du es willst, dann hat ich dich. Wen wohnen wir gerade? Chiara. Nein, Turi. Was? Ernsthaft? Scheiße. Scheiße. Nee. Oder? Ach, scheiße. Das ist electrical auch noch. War klar, war klar, war klar, war klar, war klar, war klar. Warum geht Gnur nicht das Licht fixen? Ach, Licht ist gefixt. Lisa kommt raus. Turi kommt raus. Ich mach kurz schnell diese Tasks und wir sind fast durch mit Tasks. Pechern. Kann ich ganz kurz kurz was Wichtiges sagen. Wir sind noch vier Leute und wir sind nicht tot. Heißt, wir haben einen Imposter raus. Heißt, Chiara war der Imposter. Da heißt er, Turi ist auf jeden Fall kein Imposter. Was mir gerade aufgefallen ist, als Licht ausfiel, bin ich quasi runtergelaufen und saftiges Krumm, du kamst mir entgegen. Warum wolltest du nicht Licht wieder anmachen gehen? Weil ihr das alle gemacht habt. Weil ich mir gerade denke, es ist wichtiger, schnell die Tasks fertig zu machen. Hattest du noch Tasks in der Elektrikanizer? Ja. Also nein, 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 nein. Zu dem Zeitpunkt nicht. Weil du direkt... Ich bin rein, um das Licht auszumachen, äh, wieder anzumachen, hab es auch angemacht und bin dann direkt wieder raus, um oben zu meiner letzten Tasks bei Upper Engine zu gehen. Und hab's umgedreht. Und da ich weiß, dass ich es nicht bin, würde mich das, würde das jetzt dich verdächtig machen, aber du hast ja auch Chiara gewotet und deswegen, und Anni hat am Ende auch Chiara gewotet, was sie gemacht haben könnte, um eben sich selbst unverdächtiger zu machen. Aber was genug gewotet hat, hätten wir ja gewonnen. Das macht keinen Sinn, wenn ich Impostor gewinnen wäre. Wir sind alle Frauen, wir können so gut lügen. Ich trau keinem einfach. Das Einzige, was jetzt gerade sass, war das saftige, ist genug nach oben gelaufen, und es statt Licht zu machen. Und wir waren gerade zu dritt unten in Licht und da ist nichts passiert. Ja, aber warum soll ich verhippen, damit ich eh die Aufgabe mache? Ich vertraue keinem. Ich will schnell die Tasks fertig machen, damit wir durch sind. Es fehlt nicht mehr viele Tasks. Ich mach noch zwei. Wenn wir jetzt falsch flippen, sind wir halt gef***t, weil dann fehlt ein Kill. Müssen wir, aber ich würde es trotzdem nicht risken. Ich würde es nicht risken. Ich würde es nicht risken. Ich finde es zu risky. Wenn wir jetzt falsch flippen, ich weiß nicht, ob es Nieser oder saftiges Gno ist. Ich weiß, dass ich es nicht bin, deswegen bin ich... Ja, toll. Ja, das kann mal jeder sagen, ne? Okay, mach jetzt aber schnello... Schnelli-Fatzi. Schnello-Fatzki. Schnelli-Fatzki. Gnu, du bist es, Turi und ich waren die ganze Zeit zusammen. Das kann aber nicht sein. Doch, das kann sein, weil ich wusste genau, Turi ist die einzige, der ich truste, deswegen bin ich die ganze Zeit bei ihr geblieben, weil ich hatte Angst, allein zu gehen. Es war Laras Kadabert. Und ich bin so froh, dass wir nicht gevote. Ich hätte dich gevote, weil du weggelaufen bist von Leid, aber es hätte auch anders laufen können. Ich wollte eigentlich Turi umbringen, aber die war nicht da. Dann hätte Denise herausgeblieben. Ich war so doof und hat das Licht gemacht. Ich bin einfach safe bei Turi geblieben, weil sie hat Tierra rausgehauen und ich weiß, bei ihr bin ich sicher, ich bleib einfach da. Ich habe Angst, dass ich die Angst mache. Können wir trotzdem einfach nur, weil Anni so gut gelogen hat, den ganzen Runden Anni rauswählen. Ich bin einfach keinem von euch beiden getraut. Ich hasse es im Poster zu sein. Aber well played, Gnu. Ich habe mich sehr lange nicht auf dem Film gehabt. Oh Mann! Kennst du Comme? Na, Mann! Vielen Dank.